hallo und willkommen zu einem neuen video heute möchte ich ein kleines tool vorstellen mit dem man die lautstärken der einzelnen anwendungen die gerade unter windows laufen sehr bequem regeln kann was meine ich genau damit ich habe momentan zum beispiel den firefox laufen ich habe natürlich jetzt hier mein aufnahme tool camtasia laufen und ich habe hier auch den twitch player laufen der ja auch eine audio ausgabe hat und um jetzt die lautstärke einzeln für diese anwendungen regeln zu können muss ich hier mit der rechten maustaste auf das lautsprecher symbol klicken und hier den lautstärke mixer öffnen das wissen vielleicht gar nicht alle man kann jetzt hier nicht nur die allgemeine lautstärke einstellen sondern ich kann den zaun für die system sounds einstellen wie man hier sieht habe ich das auch relativ weit unten weil ich jetzt bei den üblichen gebimmel von windows nicht immer erschrecken möchte dann habe ich hier camtasia firefox und den twitch player und das kann ich jetzt hier für jedes einzeln einstellen klar ist natürlich dass ich jetzt hier eine anwendung nicht über den lautsprecherpegel anheben kann wenn ich das mache dann wird natürlich der auch mit angehoben und ich kann hier natürlich auch jede anbindung einzeln stumm schalten das ist natürlich eine feine sache aber es ist relativ umständlich weil man hier immer erst ein weiteres fenster aufmachen muss und das wäre doch schöner wenn das etwas einfacher ginge und das geht natürlich sonst hätte ich ja nicht dieses video gemacht und zwar heißt dieses programm ihr trumpet das findet man im microsoft store ich zeig das nachher dann noch mal ich habe das jetzt hier schon installiert und dann bekommen wir hier einfach einen zweiten lautsprecher also hier drüben auf der rechten seite haben wir jetzt den normalen lautsprecher von windows und hier haben wir eben den ihr trumpet lautsprecher und ich kann hier einmal mit der rechten maustaste draufklicken dann habe ich hier die möglichkeit das allgemeine ausgabegerät einzustellen bei mir ist das hier eben die soundplaster recon 3di und dann habe ich hier auch noch die möglichkeit schnell zu den anderen audio einstellungen von windows zu gehen unter anderem eben hier den alten lautstärke mixer als netten bonus lassen sich hier unter einstellungen nach tastenkombination festlegen ich klicke hier einfach auf allgemein und dann kann ich jetzt hier für das öffnen des fly outs das was ich gleich zeigen werde für den lautstärke mixer und für die einstellungen eine tastenkombination festlegen kann ich hier einfach ein klicken und zum beispiel jetzt hier einfach steuerung und f1 drücken und dann kann ich mit dieser tastenkombination eben dieses fly out öffnen man sollte nur darauf achten dass man hier nicht eine tastenkombination nimmt die schon durch windows belegt ist so was wie steuerung a oder steuerung c gut das ist jetzt erstmal soweit nichts besonderes aber klicke ich mit der linken maustaste drauf dann bekomme ich hier sofort die anzeige all meiner programme die gerade audio ausgeben und kann die hier einzelnen regeln und hier oben habe ich natürlich wie immer den allgemeinen soundpegel zu beachten ist allerdings dass dieser regler hier nicht wie beim normalen windows lautstärke mixer die maximal lautstärke angibt die alle regler sozusagen haben sondern dass hier eher eine art gesamt lautstärke darstellt also wenn ich jetzt hier zum beispiel camtasia auf 100 sätze dann ist das eigentlich nur eine lautstärke für das gesamte system gesehen von 45 weil eben der gesamt lautstärke regler auf 45 steht quasi stelle ich hier immer die prozentzahl ein von diesem wert hier im prinzip ist das schon die hauptaufgabe von ihr trumpet aber man kann natürlich noch mehr machen ich kann jetzt zum einen hier einfach auf das gerät klicken was gerade ausgewählt ist und dann bekomme ich hier eine ansicht wo all meine audio ausgabe geräte aufgelistet werden und sehe auch gleich was dort ausgegeben wird momentan haben wir es eben so dass alle meine sachen eben bei der soundplaster recon 3d ausgegeben werden lediglich die system sounds kommen auch auf den anderen ausgängen und um das zu demonstrieren möchte ich gleich noch eine weitere nette funktion zeigen ich habe diese ansicht zudem die möglichkeit eine einzelne anwendung jetzt hier zum beispiel den twitch player mit der rechten maustaste anzuklicken und dann kann ich hier auf dieses einstellungssymbol gehen und direkt sagen auf welchem gerät das audio ausgegeben werden soll zum beispiel eben auf dem kopfhörer dann wird tisch hier nicht mehr angezeigt und wenn ich jetzt hier wieder gucken dann sehen wir das jetzt hier unter dem kopfhörer die twitch anwendung ist und ich kann natürlich auch hier in dieser ansicht die einstellungen vornehmen und auch wieder mit der rechten maustaste anklicken wieder hier drauf gehen und wieder den lautsprecher zum beispiel wählen ihr trumpet macht im prinzip nichts neues das geht auch alles so unter windows aber eben meistens sehr umständlich in irgendwelchen einstellungs fenstern und so hat man das eben wunderbar einfach direkt was der taskleiste hier über das lautsprechersymbol nicht ja bereits gesagt habe finden wir das programm im microsoft store untersuchen wir jetzt einfach hier mal nach ihr trumpet ich habe diese ab natürlich schon erworben und installiert die ist kostenfrei also hier steht zwar bietet in abkäufe aber ich konnte da jetzt wirklich nichts entdecken ich habe das programm einfach installiert und die funktionen sind alle da ich wüsste gar nicht wo man da jetzt schauen soll dass man da irgendwas hinzukaufen kann ich jetzt interessant findet nach diesem video und das vielleicht mal ausprobieren möchte und es vielleicht dann sogar immer benutzen möchte wird sich vielleicht fragen dann habe ich jetzt da hier zwei lautsprechersymbole und die sehen auch noch gleich aus kann man da nicht was machen und die antwort ist ja man kann etwas machen aber leider lässt sich das icon hier nicht verändern weder das von ihr trumpet noch das von windows bei ihr trumpet müssten die entwickler das einfach ändern wenn man das vielleicht in den einstellungen irgendwie ändern könnte wäre das natürlich toll aber das geht momentan nicht was wir aber machen können wir können windows sagen dass es dieses symbol verstecken soll ich möchte aber darauf hinweisen dass es einen kleinen nachteil gibt zumindest für die nutzer von windows raumklang es gibt ja hier die möglichkeit den raumklang zu aktivieren dieser windows sonic für kopfhörer ist halt bei windows 10 einfach dabei und man kann den einfach benutzen aber eben nur für kopfhörer ob man das jetzt braucht oder nicht das sei mal dahingestellt ich wollte nur darauf hinweisen dass es diese funktion hier zum umschalten der raumklang simulation hier bei ihr trumpet nicht gibt so wie können wir nun das symbol hier verstecken das geht natürlich wie fast immer bei windows in den einstellungen ich klicke also hier einfach mal unten rechts auf dieses benachrichtigungs symbol dann bekommen wir hier diese seitenleiste und ich klicke hier auf alle einstellungen ich mache das mal etwas kleiner damit wir das hier besser sehen und dann gehe ich hier auf personalisierung dann finden wir hier unter taskleiste ganz unten die möglichkeit system symbole zu aktivieren oder zu deaktivieren und da klicken wir jetzt drauf und jetzt können wir hier einfach alle sachen abschalten die wir nicht brauchen also ich könnte auch die uhr abschalten aber wir wollen jetzt ja hier die lautstärke abschalten und wenn ich jetzt hier einmal drauf klicke dann sehen wir schon dass das symbol jetzt verschwunden ist und wenn man das gewöhnt ist dass das symbol immer hier auf der rechten seite ist dann ziehen wir das einfach hier ganz nach rechts und schon haben wir das an gewohnter stelle so ich hoffe der eine oder andere fand das video interessant in dem so ist oder war dann like doch das video oder hinterlasst ein abo bis zum nächsten mal